Ich war immer schon sehr Techniker-Fin und habe eigentlich immer alles gezlegt, was zum Zlegen war und darum war ein technischer Beruf für mich das Richtige und da war die Stiebe eigentlich genau das, was ich immer wollte. Ich habe die Ausschreibung auf Karriere IT gesehen und die war von Anfang an sehr interessant für mich, weil es gut zu meiner Ausbildung gepasst hat und meine Interessensgebiete abdeckt, was mich interessiert und ja, war sehr spannend und Stiebe als Arbeitgeber war sehr attraktiv. Das Reisentag war ziemlich gut. Erst letzte Woche war ich in Amerika, jetzt war ich in Shanghai, in China, dass man da einfach auch die Kulturen von den anderen Ländern miterlebt. Also ich finde, dass die Stiebe auch engagiert ist, dass viel für die Mitarbeiter tut und dass super ausgestattet ist, also die Räumlichkeiten und so weiter. Ja, es ist sehr familiär, das Unternehmen. Es sind viele junge Leute, die Lehrlinge werden sehr behalten, also dürfen da bleiben und ja, es ist irgendwie ein Unternehmen, das sehr dynamisch ist. Das Besondere für mich ist, dass sehr offene Kommunikation herrscht allgemein. Es wird sehr ehrlich und sehr bodenständig miteinander umgegangen. Die Firma Stiebe ist eine familiärer, sehr internationaler, bekannter Firma, wo ich mich eigentlich ziemlich wohl fühle und da hat es mir ein Geld. Vielen Dank.